Was habt ihr für Freude? Blödsinn ist dauerhaft. Das können wir sagen, du bist in dauerhaft Blödsinn. Ohne Chance auf Entlassung. Im Blödsinn verankert. Ja, du bist der Anker. Und der Anker denkt, er wäre der Schiff. Der Anker denkt, das Schiff dreht sich nur um ihn. So, jetzt haben wir Frau Lempertz auch eingeordnet. Eingeordnet. Ja, schönen guten Willkommen zum sinnvollen Blödsinn, haben Sie gesagt. Das Einzige, was Sinn macht, ist der Blödsinn. Blöde sind wir sowieso. Das macht Sinn. Fangen wir mal richtig an. Der schönste Beruf. Die Berufung. Ja, gut, alle deutschsprachigen, ne, ein paar auch andere, Fremdsprache, ne, Sprechenden. Wir hatten ja Pfingsten erst, das waren die, was waren das für Zungen? Keiner versteht sie mehr. Mit fremden Zungen sprachen wir hin. Heißt die Zungen aus ihrem Ding hoch, die Erleuchtungszungen. Gut, so fange ich mal an. Ja, ihr wisst, wie es geht. Ich antworte nur auf anständige Fragen. Das ist schon eine Herausforderung. Aber erwartet keine anständigen Antworten. Sie hat versprochen, nicht zu lachen heute. Nach einer Minute haben wir sie schon widerlegt. Leere Versprechungen. Gibt man sich jeden Morgen. Heute nicht. Ja, gut, wer fängt an? Frisch voran. Österreich, alles gut angekommen? Mit Zug, ne? Ja, das weiß, was ich sonst machen musste immer. Der denkt, das ist ja wie der Goldeck. Ne, ne, ne. Das goldene Ei waren wir nicht mehr. Wir sind jetzt am Feuerberg. Das ist mir viel lieber. Thurmont heißt Feuerberg. Viel Wasser da. Zum Laschen. Wir alle denken, das ist Wasserstatt. Ne, das ist ein Feuerberg. Die Pyromanen laufen hier rum. Überall. Mit ihrem Rollator. Stecken alles an. Sind ansteckend. Jeder will so ein Ding haben. Ja, habt ihr schon gemerkt, ne? Viele rollen dahin. In unserem Kurbad. Fürstlich rollen sie dahin. Ja, gut. Wer fängt an? Oder hier. Ich lege gerne blöd. Ich kann auch alleine unterhalten. Da ist eine Stimme. Ja, schauen wir gleich an. Verantwortung. Abends. Willst du eigentlich Verantwortung erzählen? Verantwortung ist, du musst dich irgendwen verantworten. Also Rede und Antwort stehen. Du hast irgendeinen Chef, einen Boss oder irgendeine Umgebung, die dich zur Verantwortung zieht. Dann musst du deiner Fragwürdigkeit eine Antwort geben. Was hast du getan? Ein ständiges Gerichtsverhandlung deines Seins. Hast du was gemacht? Du weißt gar nicht mehr was, aber irgendwas war schon und du fühlst dich schuldig. Ja, Verantwortung. Das nennt man Gemeinschaft. Das ist so gemein. Immer zur Verantwortung gezogen werden. Dass man verbrochen hat. Warum ich? Schon bist du da, musst du dich verantworten. Du bist immer schuld. Im Zweifel bist du immer schuld. Ja. Sind wir schon am Ende, oder? Wo zwei sind, bist du schuld. Dann bist du selbst schuld dann. Kann man das helfen bringen, wenn man das helfen wollen? Ja. Dann lenkt man sich von sich selber ab. Ja, ja. Man ist hilflos und möchte anderen helfen. Man ist selbst blind und möchte anderen blinden helfen über die Straße. Und beide werden überfahren. fang, sind sie weg. Komm, ich weiß, wo es lang geht. Kommt der Lastkraftwagen. Die Zoll sind alle Laster weg. Was ist ihm denn passiert? Er ist in einem Lastwagen gegraben. Schöne Beerdigung. Kurz gehobt vorher. Ja, da denkt man, der Zebra ist besser. Der Streifen. Aber ich laufe nie über einen Zebrastreifen. Das ist meine Regel. Ampel gehe ich auch nicht. Das ist mir nicht abenteuer genug. Und wenn du einmal in Indien warst, dann weißt du, Abenteuer ist unbegrenzt. Und dann in Deutschland zurück und dann bei Ampel stillenbleiben. Wahnsinn. Naja. Ja, noch was von Verantwortung? Ja, von deiner eigenen Hilflosigkeit. Fühlst du dich hilflos und denkst jetzt, suche ich mal wem, dem ich helfen kann. Das nennt man Ehe. Ich suche mir einen anderen. Noch behilft dürftigeren als mich. Auch eine Freundschaft. Sagt man auch. Kinder. Man sucht sich immer irgendwas anderes, dem man helfen könnte. Schöne Ablenkung. Ja, dann ist man ein guter Mensch. Denkt man. Weil ich bin ja hilfsbereit. Immer bereit. Ständige Bereitschaft. Und immer müde, weil ich immer bereit bin. Komm kaum zur Ruhe. Werde nicht dafür bezahlt. Keiner beachtet mich in meiner Bereitschaft. Ich bin ein Wachpersonal des Militärs. Bewache die Munition, die keiner braucht. Ja, Verantwortung. Darum werden Leute, leben gerne mit Verantwortung, weil dann sind sie wer. Also jeder, der ein Minderwertigkeitskomplex hat, der wirklich gar nichts, der geht in Krieg oder macht irgendetwas, damit er behauptet, dass es ihn gibt. Oder in irgendeinem Büro. Das gehört dazu. Wird auch dann nationalistisch. Dann macht er in die richtige Partei rein, wo dann auch er wieder Deutscher ist und sein Ding und sich für seine Stellung, seine Wohnung findet, wo er sich dann zu Hause fühlt mit mehreren. Alles das gehört dazu. Also dem ersten zweifelhaften Ich. Die Seele ist gerade raus. Kommst du nicht? Geht ihr nicht ein, oder? Nee, komm, da kommt ja keiner raus. Da rauszukommen wollen, ist ja auch wieder zwecklos. Also du wirst immer versagen. Allein die Idee, dass du rauskommst, bestätigt, dass du drin bist. Das ist das Vertrage. Sobald du versuchst, rauszukommen, bestätigst du immer dem, der rauskommen muss. Und das ist immer schon ein zweifelhaftes Ich. Also die Falle ist perfekt. Die Seele kann es nicht fallen. Ja, und auch das zu sehen bringt auch nichts. Das Sehen ist schon eine Falle. Fallen zu sehen ist Falle. Ja. Wann soll sich das erschöpfen? Kann sich das jemals erschöpfen? Die Unerschöpflichkeit des Seins, die sich ständig neue Fallen baut. Die sie dann selbst reintritt. Tritt ein, tritt ein, bringt Glück herein. Dann gibt es eine schöne Stunde. Lebt Glück, entschlägt keine Stunde, aber die Mutter. Ja, wir reden über die Fallen. Und die größte Falle ist immer die Liebesfalle. Dass man sofort, wenn es einen gibt, dass man ein Liebhaber ist von sich selbst, eine Selbstliebe da ist. Und natürlich, die möchte immer das Beste für sich. Kommt die Eigensucht und die Selbstsucht immer aus der ersten Liebe zu sich selbst. Und versuch mal, der zu entkommen. Irgendwann möchtest du, möglicherweise hasst du das, dass du dich liebst, aber auch das Hassen ist Teil der Liebe. Weil ohne Liebe kein Hassen, ohne Hassen keine Liebe und absolut kein Entkommen. Ja, und ich sitze hier und sage immer, hier muss es trotzdem sein, dass du dich liebst. Aber nicht, weil da vorne einer zur Ruhe gekommen ist oder einen Ausweg gefunden hat. Ja, also. Ja, noch was? Ich will immer nach fünf Minuten schon alles fertig machen und dann geht es in der Reihe. Ja, das ist auch meine Ausweglose. Ich sitze hier und rede seit 25 Jahren über das Gleiche und habe nichts gebracht. Ich sehe immer, die kenne ich schon so lange und ich sehe immer noch in das Gleiche zweifelhafte. Ich sollte verzweifelt sein. Frustriert und Ding. Alle meine Energie da reingesetzt, dass da vorne einer verschwindet und der kommt immer wieder. Ich mache es ja ständig, aber es bringt nichts. Ich übernehme absolute Verantwortung für alles. Ich war es, fertig. Da habe ich meine Ruhe. Wenn ich es eh war, Krieg, Frieden, egal was man sich vorstellt, ich war es, fertig. Und wenn du deine Ruhe haben willst, warst du es einfach. Und dann merkst du, es passiert gar nichts. War ja nichts. Du hast absolute Verantwortung, aber die bedeutet nichts. Ja. Aber so ein bisschen Verantwortung, das ist das Schlimme. Meine Verantwortung, die kleine Verantwortung, das ist die Hölle. Absolut, ich war es, fertig. Kein Problem. Ich bin verantwortlich für alle Probleme der Welt, des Seins, der Menschheit, des Universums, der Hölle und Himmels und Hengel und dort und alle, was man sich vorstellen kann. Man macht mich nicht weniger und nicht mehr als das, was ich bin. Ob ich nicht verantwortlich habe oder nicht habe, ist irrelevant. Also was tun. Und das kannst du nicht, das kannst du nicht sagen, fertig. Der Rest ist unter ferner Liefen, nennt man das. Wo laufen sie denn, die Probleme? Die laufen rein, die laufen raus. Und weil du sie dressieren willst, dann hast du ein Problem. Die werden das. Der hat schon Schaukeln. Einreiten. Das kleine Ich da vorne. Selbstkontrolle üben. Das schöne Wort, Selbstkontrolle. Wahnsinn. Und dann viele Lehrer sagen, du brauchst Selbstkontrolle. Du musst dir gewahr sein, was du tust. Du musst dir das und das. Sonst ist das ja. Du musst dir doch gewahr sein, dass du dir gewahr bist. Das Letzte und das Letzte. Sei dir Gefahr, dass du gewahr bist. Und dann, wo bin ich dir heute gewahr? War ich mir gestern gewahr? War ich fünf Minuten vorher gewahr? Bin ich jetzt gewahr? Oder ist jetzt schon zu spät? Möglicherweise ist das Gewahrsein auch zweifelhaft. Bin ich jetzt genug gewahr? Zu wenig gewahr? Wo soll das hinführen? Zu welchen Lehrer werde ich mehr gewahr? Gibt es da Gewahrseinslehrer? Die gibt es, ne? Habe ich schon gehört. Gut. Hallo wach. Na, ich bin nicht so schlimm. Viel so. Viel schlimmer wahrscheinlich. Ja Heidi, wo bist du? Weil du bist jetzt acht Stunden im Zug und du machst das jedes Jahr ein paar Mal, ne? Ja, es ist schön gestürzt, ja. Ja. Da ist nichts dabei, ne? Ja. Man setzt sich hin und guckt in die Landschaft und ist schon da. Ja. Stimmt. Sobald, aber auch wenn man auf die Uhr guckt, ist man schon fertig. Das war bei mir von Los Angeles, Direktflug nach Singapur, 17 Stunden. Du guckst nicht mehr, das dauert je lange. Du entspannst dich und das ist auf einmal vorbei. Aber wenn du da vier Stunden oder zweieinhalb Stunden nach Malle, Hölle. Allein die Idee Malle ist schon. Bist du schon alle. Warum heißt es Malle? Die Malediven. Ja, gut. Jetzt ist das Eichhörnchen weg. Er hat ein Eichhörnchen aus dem Wald. Jetzt hat sie gesehen, Verantwortung ist nicht, gehört nicht zu mir. Jetzt komme ich da hin. So schnell geht das. Ich übergebe dem Leben mal wieder seine. Lass das Leben doch an. Ja, gut. Üblichen Verdächtigen haben keine Fragen mehr. Ja, da hinten irgendwas. Ich versuche immer irgendwas in den Raum zu stellen, dass einer sagt, das ist aber ganz anders. Muss man noch. Nein, keiner wehrt sich. Würde ohne die Liebe die Welt überhaupt funktionieren? Ich habe das Gefühl, das ist der Motor, der Antrieb für all das, was... Ja, ich glaube, die würde genauso funktionieren. Echt? Weil Liebe sind ja, ist ja nur ein Wort. Habe ich gehört. Ja, so ein Simmel auf der Flucht. Simmel, Simmel. Da semmelt sich man durchs Leben mit. Liebe ist nur ein Wort. Ich glaube nicht, dass es die Liebe irgendeine Kraft hat. Es ist einfach eine Falle, aber er hat keine Kraft. Ich meine, du kannst sagen, die Liebe ist wie so ein Uhu, das dich dran kleben lässt. Aber es hat keine Kraft. Es ist ja nur die Kraft, die du ihr gibst. Also deine Anhänglichkeit an dir selber oder so. Es ist ja nicht die Liebe. Die Liebe macht es nicht. Du bist es. Du hast das Uhu, die Klebekraft. Dass du an etwas hier vorne klebst. Und dann denkst du ja, die Klebekraft ist die Liebe zu mir. Oder die Liebe zu meinem Objekt hier, zu diesem Körper oder so. Eigentlich ist es nur die Angst. Dass du ohne dem nicht sein kannst. Tja. Also für mich ist eigentlich Angst ein Wesentlicher. Weil es nicht gibt, hast du eine Existenzangst. Und dann versuchst du alles Mögliche, das Angenehme oder das Unangenehme angenehm zu machen. Dich zu beschwichtigen. In Frieden zu kommen. Dann kommen die ganzen Ideen von Liebe, Frieden, das Ganze aus dieser Angst. Aus dieser falschen Beweis, Möglichkeit, dass es dich gibt. Und dass es etwas gibt, dass es dich gibt. Dass du existierst. Das ist schon die. Da kommt die Angst mit. Und dann die Liebe als Hoffnung. Und das ist das alte Prinzip von Religion und allem Möglichen. Die Idee, dass man irgendwo das zur Ruhe bringt. Die Sehnsucht zur Ruhe. Weil in der Existenz gibt es scheinbar keine Ruhe. Ständige Unruhe. Dann sagst du, die Unruhe, das ist die treibende Kraft. Das Clockwerk hier, dieses Urgebildes. Die Unruhe. Die eingebildete Unruhe. Weil ohne Unruhe gibt es keine Uhr, die läuft. Gibt es keine Zeit, gibt es nichts, was du erfahren kannst. Also Liebe ist nicht weh. Dann gibt es ja schon wieder einen Gott, der sich lieben würde. Dann gibt es ja schon wieder eine vorgestellte Gottheit, die dann aus Liebe zur Sicht sich realisiert. Schon machst du wieder einen Roman daraus. Schon wieder eine romantische, was auch immer. Ja, also. Wie schaffen wir das ab? Wie schaffen wir das nie Geschaffte ab? Ja, das ist der Grundprinzip. Wie kann man etwas abschaffen, was nie geschafft wurde? Wie kann man eine Schöpfung auf, wo keine ist? Wie kann man etwas, die Kreation, die nie kreiert wurde, abschaffen? Ja, und dann gibt es immer nur Hinweise drauf, dass deine Natur ist das, was mit und ohne ist. Aber weder noch ist, noch nicht ist. Also dieses Weder-noch-Sein. Dieses Neti-Netis-Prinzip. Aber auch nur wieder ein Hinweis drauf. Und doch ist die Liebe, also sobald es dich gibt, die größte Falle. Also was tun? Immer rein in die Falle. Mit wem auch immer. Wie kann ich Existenzangst haben, wenn ich gar nicht existiert bin? Wer sagt das? Ich. Das, was gerade existiert. Das ist dann schon Beweis, dass es dich gibt und Existenzangst, weil du eine Frage hast, also eine Fragwürdigkeit. Wie kann ich, wenn ich nicht bin, Angst haben? Also auch im Nicht-Bein gibt es dich. Auch im Nicht-Sein gibt es dich. Ja. Und dann kommst du, wirst du Shakespeare. To be or not to be. Das ist dann ständig deine Frage. Bin ich oder bin ich nicht? Also immer noch einer zu viel, der möchte wissen, wenn ich das und wenn ich das nicht und wenn das immer. Wann fummelt es nicht? Wann hört der Fummler auf? Zu fummeln. Nein, jede Nacht, wenn du weg bist, dann ist der Fummler weg und das Fummeln weg. Und jeden Morgen wacht der Fummler auf, fertig. Mehr ist nicht. Und dann wacht der Fummler auf und der Fummler fummelt vor sich hin. Ist auch ein Wachwerden. Ja. Aber wo kommt es? Was? Da kommt keiner her. Das ist eine Kamera, die im Körper angeht. Mehr ist nicht. Da wird doch keiner wach. Die Kamera geht an. Aber da ist doch keiner. Ja, ist so. Da ist eine Wahrnehmung, die ohne Kamera ist und dann ist die Kamera geht an und dann nimmt die Wahrnehmung durch die Kamera wahr. Die Kamera nennt sich dann Paul Lemperz. Lemke. Mach ich das jetzt absichtlich oder? Ich habe den Namen schon so oft gelesen. Vergess ihn immer wieder. Wer bin ich? Robert Lemke. Wer bin ich, wenn ich nicht bin? Das ist ja die Frage. Wer bin ich, wenn ich nicht bin? Welche Schweinchen hätten Sie denn gern? Das rosa, blaue oder? Das sind die Pfanne. Das im Stall steht. Füttern bei der Schwein, bis es geschlachtet wird. Ja, die deutsche Frage. Wer bin ich? Robert Lemke, der Ramana vom Deutschland. Und Louis Trenker von Westphal. die Bergerfahrung. Die Gipfelerfahrung. Ja, Frau Lemke, äh, Lempertz. Lempertz noch? Nein. Nein, das ist so simpel. Jede Nacht bist du vollkommen ohne und dann morgens wacht nicht was auf. Sondern das ist, der Körper ist doch schon längst da, bevor Wahrnehmung wach wird. Also sich die Kamera angeht. Die Energie geht nur an, wo die Kamera ist und dann geht das, der Film geht weiter. Mehr ist nicht. Da ist doch keiner, der wach wird. Was? Kameraden. Kameradinnen. Achso, da muss man ja jetzt. Gender noch. Frauen an die, Frauen an die, Frauen an die Front. Finde ich gut. FF. Frauen an die Front. Wenn sie schon überall mitspielen wollen, dann auch an die Front. Ja, was jetzt? Die Sinnlosigkeit. Die Sinnlosigkeit hat mich getriggert. Die hat dich getriggert? Wo? Hinten oder vorne? Innen. Ist das so, wenn man auf Toilette muss? Die Sinnlosigkeit triggert wieder. Weil was man da ablehnt, muss man vorne wieder reintun. Oder was man vorne reintun, muss man hinten wieder ablehnen. Ist das eine Form von Sinnlosigkeit, dieses ständige Einnahme, Abnahme? Ja, vollkommene Sinnlosigkeit. Vollkommen lustig. Ist doch Ruhe da, wenn es ähnlich aufhört. Die Sinnlosigkeit war, ist, wird sein. Die Frage dann, wer braucht überhaupt einen Sinn? Doch, du. Niemand ist immer noch einer zu viel. Niemand. Jemand, niemand. Es ist verrückt, ja. Man fummelt und fummelt. Ja, ich fummle auch immer noch weiter. Mit wachsender Begeisterung. Also, ich bin nicht Uschi Glas. Uschi Glas. Nicht fummeln, Liebling. War doch, Ende der 60er, ne? Uschi Glas, München, nicht fummeln, Liebling. Gab's einen Film. Und Senta Bargat dabei, als die Frauen noch Schwänze halten. Das sind meine Jugendeinrohungen. Macht doch Spaß. Dann weiß man, wo man herkommt, ne? Wer das noch kennt, der ist jenseits von. Niemand. Da sagt jemand einem anderen, ich bin niemand. Auch Frauen sind niemand. Das sind's auf einmal niemand, nicht niemandin. Das wollen sie wieder nicht. Oder? Ja, aber man muss doch was sagen. Was muss man? Du redest ja auch. Ja, mach doch noch. Red doch weiter. Ich will dich doch nicht stumm machen. Blende habe ich schon genug. Dann noch mal stumm, da ist ja gar nichts mehr los. Ja. Habt ihr in der Demenz was erreicht? Nö. Es war ja vorher keiner da, der was nicht erreicht hatte. Und dann kann er auch nichts erreichen, wenn er Demenz wird. Die Geschichte geht weiter. Vorher war Erinnerung, dann ist keine Erinnerung. Aber die Kamera ist mit und ohne Erinnerung die Kamera. Also es gab vorher keinen Nicht-Dementen und dann gibt es dann keinen Demenden. Weder noch. Also für das Sein ist kein Problem. Ob das da vorne sich erinnert oder nicht erinnert. Oder die Tochter noch kennt oder den Mann noch kennt. Oder was war ein Ding. Also die Natur, das Wesen an sich ist irrelevant. Es ist nur relevant in der Geschichte von einem sogenannten. Und der Familie und der Gemeinschaft. Und dafür braucht es halt immer Gemeinschaften. Familie oder Beziehungen. Und da ist es wieder relevant. Dann könnte man ein Pflegefall werden und sehr teuer. Aber es ist einem ja nichts zu teuer. Darum rede ich immer noch weiter, damit ich genug Geld habe hinterher, damit ich mir wieder einen, der für mich sich erinnert. Ja, darum macht man es ja. Dass man dann genug hat, dass da einer da ist, der einen erinnert, dass das Bankkonto nicht dem anders gehört. Ja, aber das ist doch Spaß. Wie oft habe ich das gesagt? Er hat ein paar Millionen in der Schweiz ein Nummer im Konto. Auf einmal Demenz. Hat der ganzen Familie nichts gesagt, weil er traut keinen. Seiner Frau nicht, seinen Kindern nicht, keinen. Er hat keinen gesagt. Dann Demenz, vergiss die ganze Nummer. Dann kriegt er von irgendwo, kommt der Schweiz an. Ja, was habe ich? Ich habe nie ein Konto gehabt. Ich kann mich nicht erinnern. Da lebt die ganze Schweiz von. Vom SS-Gold, vom Faschistengold und Demenzkranken. Das ist Schweizer Geschäftsgebar. Milliarden von Geld liegt auf der Schweiz von Demenzkranken. Dann haben sie die ganzen Pharmazeien in der Schweiz. Die leiten das in den Rhein und dann trinken die Deutschen das Rheinwasser, wo die Demenzkrankheit mitkommt. Und trinken das Rheinwasser und denken, sie werden rein, die werden nur dement. Und dann kriegt das Geld die Schweiz wieder. Das ist ein Kreislauf. Der ist Wahnsinn. Was ist der größte Schweizer Pharmazie-Dings? Wie heißt der? Merkley. Roch. 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 La Roche. Ja, La Roche. Dann lassen wir doch Demenz rein, die Deutschen. Das sind die Nummer, die Schweizer. Jetzt haben wir die Schuldigen davon. Die sind verantwortlich. Also irgendeiner hat immer was davon. Komischerweise. Na ja, Demenz hat dann wieder einer eine Arbeitsstelle. Das ist doch was Schönes. Arbeitsbeschaffung. Das ist Komödienstadel ohne Ende überall. Wenn man denkt, es wird irgendwann mal aufbauen, dann ist es öde. Aber wenn man sieht, die Komödie geht immer weiter, hört nie auf. Ist doch lächerlich. Wohnsorgtheater. Forever. Wer sorgt sich noch? Dann sorgen sich die Sorge, sich nicht mehr zu sorgen. Und das hört nie auf. Ist das nicht herrlich? Sinnlose Anstrengungen, sich nicht mehr zu sorgen. Und sorgen sich unendlich drüber, sich nicht zu sorgen. Schaffen haufenweise Geld und Dinge an und Beziehungen, damit sie irgendwann mal nicht alleine sind und dann vergessen sie, wer sie sind. Herrlich. Gibt's nicht. Gibt's, gibt's morgen wieder. Gut. Ja. Österreich. Ich will jemand sein. Wie was? Ich will jemand sein. Du willst wer sein? Nee, du willst keiner sein. Nein, ich will jemand sein. Jemand? Ich will jemand sein. Ja. Bei mir bist du wer. Hört sich gut an, ne? Bei mir kannst du... Gab's doch ein Lied von, ne? Bei mir bist du schön. Bei mir bist du schön. Bei mir kannst du gehen. Darum nimmt man ja Beziehungen an, damit man dann, wer ist. Für den anderen. Weil man für sich selbst ist, man ja kaum einer. Dann hat man einen anderen, der zeigt einen schon, dass man wer ist. Vor allen Dingen, was man nicht gemacht hat und wie man so sein hat und so. Man hat da nie eine Ahnung gehabt davon, wie man so sein hat. Und was man verkehrt gemacht hat im Leben. Und dann kommt wer, der sagt es einem. Herrlich. Super. Aus Dankbarkeit sollte man... Da zahlt man ja noch für dann Haushaltsgeld und singt, damit man weiß, was für ein schwaches Männlein man ist auf dem Job und so. Bring mal her. Also man hat ja wirklich einen Grund, was zu tun. Man ist ja wer. Und hinter jedem schwachen Mann steht eine starke Frau oder so. Den vorhanden Schubs. Ja, warum hast du... Kinder. Damit du wer sein willst. Kinder bestätigen ja, dass es dich gibt. Da geht's rund. Es ist doch nicht mehr draußen, es ist drinnen. Da müssen wir die Fenster aufmachen. Dann geht's vielleicht raus, der... So eine gute Technik, ja. Mein Nachbar ist so laut, ich mach mal die Fenster auf. Mit der Schall rausgehen. Das sind bestimmt Putzfrauen. Nein. Doch. Das ist wie im Hotel in Spanien. Morgens um sieben zwei Putzfrauen. Über drei Levels da. Unterhalten sie sich. Hier ist eine freiwillige Haus. Das ist ein schönes Ruhig. Ich sag nur Putzfrau und schon... Wein. Ja, noch was zum Sein-Wollen-Wehr-Sein. Geh zum Militär, dann wirst du wehrhaft. Dann wirst du wehrhaft. Wehrmacht. Wenn er es doch macht, dann hast du wen, der weh sagt, was du zu tun hast. Das ist auch, warum jeden ein Jungler also gerne zur Wehrmacht. Zum Bund. Oder im Krieg. Da sind sie wer. Ohne Rücksicht auch Verluste. Erschlossen werden, ist ja... Ist ja eh die Sehnsucht weg zu sein. Aber bis dahin bin ich wer. Guck dir das an. Also die Existenz-Sankte sind derzeit weg, weil man ja dann immer dem Tod ins Auge schaut. Ja, das ist dann die... Das Leben... Hier ist das dieser Ungar, der im KZ realisiert hat. Das Leben war. Hinterkirchen. Ja, wie hieß das Buch? Roman eines Schicksalslosen. Ah ja, Historie. Roman eines Schicksalslosen. Das hat er in der Zeitlosigkeit des KZ, in dem er... Keine Zukunft, keine Vergangenheit da ist. Sofort. Da war er einfach gut. Da war... Der Roman ist voll von Frieden, habe ich gehört. Habe ich gehört. Gibt es einen Film? Gibt es einen Film? Der war nicht gut. Nee, nee. Das will... Die unerträgliche Leichtigkeit des Seinens. Der Titel reicht. Den Film gucken ist Hölle. Wahnsinn, ne? Dann denkt man, da kommt was drau raus und dann kommt so ein Liebesdrama da. Das ist dann wirklich unerträglich. Hört die Leichtigkeit sofort auf. Erleichtern wir uns. Ja, noch was von... Wenn du was hast. Was? Wenn du was hast. Ich hab immer was. Na, was? Ja, aber ich brauche ja immer einen Träger. Die... Die... Ja, da kommt ein Träger von da. Ja, ein Träger. Aber die... Wer macht... Warum macht irgendwas... Die Kamera ist morgens dann wieder an. Also ich warte auf. Die Kamera... Ich sehe das Leben, dass die Kamera... Wieso wird sie überhaupt angemacht? Stell dir vor, du bist die Birne und du wartest drauf, dass einer knipst. Warum gibt es die Birne? Warum nicht? Die Frage jetzt, ob die Birne... Die Birne gibt es jetzt. Die Frage, warum gibt es die Birne, ist vollkommen irrelevant. Genauso wie die... Warum? Warum nicht? Ja. Ja, warum nicht? Warum gibt es die Sonne? Warum gibt es mich? Da kannst du das ganze Leben mit verbringen. Ja, das ist Sinnhaftigkeit. Ja, aber es ist ja bescheuert, dass man nach Sinn fragt. Warum gibt es das? Warum muss ich das? Warum mich? Warum nicht ich? Warum der? Warum... Das ganze Warum-Frage, das ist einfach langweilig. Habe ich gehört. Ständig so, dass man nach wem sucht, oder irgendeine Erklärung, warum es so ist. Das ist ja Wissenschaftler. Die wollen Wissen schaffen. Doch man ist ein Wissenschaftler. Aber Wissen kann man nicht schaffen. Das ist das ganze Problem. Wissen ist unschaffbar. Kann auch nicht gewusst werden. Kann auch nicht kontrolliert werden. Die Quantentheorie, die sind jetzt schon nah dran, dass es... Die wissen gar nicht, ob es was gibt oder nicht gibt. Die sagen dann, die Wahrscheinlichkeit, dass es was gibt, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, als es es nicht gibt. Mehr nicht. Es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Genauso wahrscheinlich gibt es die Birne. Oder vielleicht gibt es sie nicht. Also wahrscheinlich. Aber wer knippst die Birne an? Sondern die Frage. Wo ist die Elektrizität? Wann geht sie an und wann geht sie aus? Und wer ist der Knipser? Und wer knippst da? Vielleicht gibt es da keinen Knipser, keinen Knipse und keine Birne. Möglicherweise. Wahrscheinlich gibt es eine Birne, weil es einen Knipser gibt und der gehört. Vatergott. Wo sollte das mal auffallen? Das ist die ganze Menschheit, die versucht, einen Sinn irgendwo reinzubringen, die keinen braucht. Du wirst aus etwas einen Sinn machen oder eine Antwort kriegen, die keine Antwort braucht. Aber so funktioniert nun mal die ganze Wissenschaft. Und die sind am Ende jetzt langsam. Die ganzen Makro, Mikro, Tralala und Nano und Ding und irgendwas und Quantentheorien. Alles nur Theorien. Alles, was du finden kannst, sind Theorien. Und bei mir steht Theo im Tor. Da ist der gerade dahinten. Der Tor. Theo Re. Und wirklich Leandro ist dahinter. Das ist alles nur Spaß. Wenn man wirklich, es ist keine Notwendigkeit von irgendeiner Antwort, um zu wissen, was es ist. Es gibt keine Not, es wissen zu müssen. Um zu sein, was du bist. Es gibt keine Notwendigkeit für irgendein Wiss. Und doch ist es da. Das ist das Paradox. Wo es keiner braucht, ist es da. War es schon immer so? Es war so, es ist so, es wird so sein. Und es war immer so. Seit es den Menschen gibt. Ne, seit es die Existenz gibt. Der Mensch ist doch nur eine Schaufel. Schaufelt vor sich hin und denkt, wie wäre was. Eine Schaufelgemeinschaft. der Bagger zu spät im Baggerloch. Das ist der, die Schaufel, die Baggerloch. Menschheit. ist doch nur ein Werkzeug für das Sein, was auch immer es ist. Es ist unvermeidbar. Das ist Menschheit. Eine Unvermeidbarkeit. Wie Sonne oder Sterne. Aber keine Notwendigkeit. Meinst du, das Sein hat eine Notwendigkeit von Menschheit. ist doch Teil des Spiels, ist alles. Und wenn es absolutes Spiel ist, muss ich auch als Mensch spielen. Mehr ist doch nicht. Muss man nicht verstehen. Weil wenn man das versteht, ist man mit meiner Stimme eine Wichtigkeit drauf. Einfach mal, einfach mal laufen lassen. Also einfach lauschen ohne hören. Man lauscht ohne Hörer. Also ohne, der das kollektive Bewusstsein auffüllen möchte. Ein schönes Wort kollektives Bewusstsein. Choleriker unter sich. Das cholerische Bewusstsein. Kollektiv. Verdummt. Ein verdummtes kollektives Bewusstsein. Herrlich, ne? Kollegen unter sich. Zwei Lehrer treffen sich. Beide tot. Oder Jäger. Und zwei Erleuchtete. Noch schlimmer. Zwei leere Lehrer. Ja, das sind die kürzesten Witze. Zwei Erleuchtete treffen sich. Beide tot. Was ist denn? Zwei Witze treffen sich? Bitte? Zwei Witze treffen sich? Das ist lächerlich. Das ist Theo Lingen. Witzakademie. War schön, ne? Schöne Sendung im 17. oder 16. Wann war das? Theo Lingen. Du bist ja da bei Osho rumgelandet oder irgendwo andersrum geflötet. Oder bei irgendeiner anderen Vereinigung. Theo Lingen. Ich sag nur, die Lümmel von der letzten Bank. Der hat sich aufgeregt. Der hat sich nicht aufgeregt. Der hat einfach nur gespielt. Als Frau findet man ihn auch nicht gut. Der sieht nicht aus. So wann will man nicht zu Hause haben. Das wäre ja was gewesen. Theo Lingen als Ehemann. Dem kann es auch nicht gelingen. Mit dem Namen will doch keiner haben. G-Lingen. Zwei Witze treffen sich. Das ist ja hier, das ist ja die Veranstaltung. Wo sich was trifft, trifft sich ein Witz, trifft den anderen. Oder mehrere Witze. Ein Satzsang ist eine Witzveranstaltung. Wenn wir euch Lachsang lennen. Ein Witz lacht über den anderen Witz. Der Wettbewerb, wer ist witziger? Der Witz oder der Witz? Der entscheidet. Ach Gott, oh Gott. Ich bin schon wieder in der Tendenz, dass ich in einer Stunde alles fertig machen will. Und dann sitzt er da und ich beschwämte mich, dass er keine Fragen mehr hat. Ich bin immer selbst schuld. Ich kann mich auch nicht bestellen. Ich bestelle mich auch trotzdem. Im Beschwerden sind beide Weltmeister. Überhaupt die Deutschen. Ja, es war. Und die Österreicher sind die Olympiasieger. Es gibt ja die Goldmedaillen. Das sind dann die Weltmeister. Ja. Aber darum arbeiten wir auch so viel, weil wir uns gut beschweren. Aber darum geht es uns ja auch nicht so gut. Wir beschweren uns auf hohem Niveau, dann Niveauregulierung und lassen dann immer noch wer rein, der nicht bringt. Dann beschweren wir uns wer. Frag mich. Ich zeige mir, dieser Fummel, der redet und macht und tut, ist ständig im Gehirn. Und der Kommentator, der kommentiert. Ja. Wenn es doch keine Weltliebe gibt, warum hört man dann so in seiner Lebensgeschichte? Ja, aus Angst, dass man ohne die nicht sein kann. Das heißt, alle, die jetzt hier sind, sind alle an den Themen von ihrem persönlichen Dasein angekommen? Nee. Ich meine, du hast schon recht. Ich habe immer die Überbleibsel hier. Wo nichts mehr anders geht. Wir haben schon alles probiert. Aber aus Spaß kommt man ja nicht. Also, zu Anfang kommt man nicht aus Spaß, aber nach einer Zeit macht es schon Spaß. Dann auf einmal weiß man gar nicht mehr, warum man kommt und dann ist es schon lustig. Aber zu Anfang kommt man wahrscheinlich, weil man hat schon alles probiert und alle Techniken und Meditationen und Gurus und Lehrer und irgendwann hat es alles, alle haben versagt. Es hat nicht das gebracht, was man wollte. Oder man war nicht vorher schon. Ja. Wer weiß denn vorher was? Das ist auch nicht so. Bevor du geboren bist? Nein. Ja, es fängt ja damit an. Du gehst ja in die Lehre als Kind und dann denkst du bis zum Ende und dann, bis du dann zum Punkt kommst, wo die Sinnlosigkeit dich erwischt, dann versuchst du halt, alle Techniken, die Lehre zu füllen und es klappt alles nicht und als Letzten, was immer das ist. Allerletzte Karl. Das Allerletzte. Karl ist das Allerletzte. Finde ich auch. Bin echt das Allerletzte. Sie hat versprochen, nicht zu lachen heute. Sie wollen zumindest auch nicht laut. Sie hält sich ja, sie filtert ja noch. Kann nur noch schlimmer werden. Nee, aber es ist so und möglicherweise die Lächerlichkeit der Sinnlosigkeit, die dich dann auch einfängt, weil irgendwo ist ein Punkt von, du kannst dich mehr versagen. Der Versager versagt am Versager. Und dann ist auch nichts mehr. Dann macht es nichts. Dann ist es halt, wie es ist oder nicht ist. Es macht nichts. Keine Macht mehr über dich. Also du hast es dem vorher Macht gegeben über dich, dass es mit dir was machen kann, deine Techniken, deine Lehren, deine Verstehen, was der vorne tut oder nicht tut, ob er sich gut fühlt oder schlecht fühlt. Aber alles hat versagt. Und dann kommst du und dann das Allerletzte. Beim Allerletzten macht es nichts. Und dann bist du nur noch so da. Dann sprudelst du vor dich hin. Die Gedanken sind auch nur wie Sprudelwasser. Eine Blase geht hoch und noch eine Blase. Bubble, 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 bubble. Eine ganze... Bei einem mehr oder anderen Dingen. Es babbelt immer bloß. Bei dem einen gibt es einen Oberbubbler. Der möchte ja noch richtig babbeln. Der möchte ja ein stilles Wasser haben. Das sind die Schlimmsten. Nein, ich nehme ein stilles Wasser. Ich habe genug gebabbelt. Wir wollen ja die Bubble kontrollieren. Wir wollen das ja zur Ruhe kommen lassen. Also ein stilles Wasser werden. Ein stiller Geist. Also was versprechen die sich davon? Ja, Ruhe. Stiller Geist. Ein leerer Geist. Feinperlig. Bitte? Feinperlig gibt es jetzt auch. Feinperlig. Noch schlimmer. Die feine Perle. Der Champagner unter den Wassern. Ja, frage ich mich auch. Also das, was still werden kann, kann auch wieder babbeln. Es setzt sich so ein Satz runter wie beim Kaffeesatz und irgendwann fängt es wieder an zu schütteln und dann ist wieder alles in der Gegend. Aber es geht vollkommen erst auf den Satz, auf den Grund. Du gehst auf den Grund, vollkommen auf den Grund und dann auf einmal aus unerklärten Gründen babbelst du wieder. Bewegt sich was und dann geht der ganze Buff, fängt wieder an. Ach, dann hast du so lange trainiert zu meditieren in die Ruhe und Frieden und so, dass alles zur Ruhe kommt und dann eine kleine Anregung nur. Keiner weiß woher. Buff. Die Energie lässt wieder alles babbeln und wieder alles verloren. Alles, was du scheinbar gewonnen hast, die Ruhe, die du gewonnen hast, Buff, weg ist er. Und dann denkst du, ja, jetzt nicht nochmal. Oder ein bisschen. Ich muss noch mehr üben. Ich muss auch ganz ganz ruhig bleiben. Dann wirst du, das ist ja wie Passana. Dann bist du der Gewahr, dass du Gewahr bist und dann bleibst du im Gewahrsein. Und dann, ja. Das ist halt ein Vorteil. Gebe ich zu, es ist ein Vorteil für den Geist. Bloß, was einen Vorteil braucht, hat natürlich auch einen Nachteil, dass es ihn braucht. Das ist also relativ. Ein relativer Vorteil von Ruhe. Aber die Ruhe, die da in der Natur ist, wird dadurch nicht berührt. Und für mich ist eigentlich die Ruhe, die du bist, das ist einzig wert zu sein. Da kannst du babbeln oder nicht babbeln, da kannst du ruhig oder nicht ruhig sein. Es ist vollkommen irrelevant. Du bist, was du bist. In allen Umständen. Im Babbeln, nicht babbeln, im Stillen oder nicht stillen. Also die Ruhe, die du bist, die ohne Zweites ist, die kann nicht gestört werden. Aber das, was nur nicht gestört sein kann in der Ruhe, also nicht stören, ist schon davon wieder gestört. In der Möglichkeit der Störung. Also diese, das ist diese Sinnlosigkeit. Du versuchst es, aber es bringt Gott sei Dank nichts für mich. Es hat alles nichts gebracht. Das ist eigentlich Buddhas Erleuchtung, Realisation, dieses Versagen, total Versagen, seine Dämonen zu kontrollieren. Dann hast du die Bilder von Buddha mit allen Dämonen, die er da rumsitzen hat und bleibt einfach Buddha. Mit und ohne Dämonen. Simone. Wurde er verheiratet? Wie ist die Simone? Jashodra. Jashodra? Du warst das. Hier, er ist ein Dämonen. Ja, Jashodra. Opladi und Opladar. Jashodra. Also Buddha kann ihn ertragen, dann kann Buddha alles ertragen. Jashodra, der Dämonen vom Buddha. Das muss ich mir behalten. Da kommt Buddhas Dämonen. Es gibt schöne Wandmalereien, so in Klibert oder in Ladakh, da gibt es ein Buddha ganz in seiner, also in seiner Natur, die Natur, die nicht gestört werden kann von irgendeinem dämonischen oder dieser totale Angstfreiheit. Aber jetzt versuchen, die Dämonen wegzukriegen, also deine sogenannte Gestalttherapie, die dann angeboten wird, dass du da hinten deine Unterbewusstsein befreist und überall Reinigung reinbringst und alle Dämonen, die du vor dir hast und sie durchdringst und sie umarmst und diese ganze Familienaufstellung. Das ist ja Dämonenaufstellung. Das ist so. Da verdienen die so viel Geld mit, diese Familienaufsteller, dass sie da den Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa da hinstellen, der oder der oder der Onkel oder irgendwas und lassen die ganzen Dämonen und du musst ihnen allen verzeihen. Obwohl sie nie was gemacht haben. Verrückt, ne? Klar, wenn es nicht geht, gibt es die auch. Das ist ja deine Ahnenreihe. Warum hast du überhaupt eine Ahnung, dass es dich gibt, weil du Ahnen hast. Deine Ahnung. Weil deine Mutter dir erzählt, dass das deine Mutter und deine Mutter, der Mutter, 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 Vater. Oh Gott, oh Gott. Kein Ende. Aber ich bin ja schuld an denen dann auch. Ja, absolut. Selbstschuld. Immer selbstschuld. Es gibt keine Ausreden. Du versuchst dich immer auszureden, aber klappt nicht. Ich war es nicht. Klappt nicht. Darum sage ich, das zu sein, was du bist, ist, weil du bist, gibt es das ganze Scheiß. Ob du willst oder nicht. Obwohl du es gar nicht brauchst, ist es da. Du wirst es nicht loskriegen, weil es es im Wesen gar nicht gibt. Weil im Wesen gibt es nur das, was du bist. Das ist wesentlich. Und der Rest ist das unwesentliche Traum deines Seins. Und du kannst den Traum nicht abstellen, weil wir versuchen, den Traum abzustellen, ist im Traum. Dann ist es schon zu spät. Das, was du, der absolute Träumer ist, hat keine Notwendigkeit, dass der Traum so oder so ist. Es ist einfach seine Natur. Er träumt. Absoluter Traum des absoluten Träumers, der du bist. Und kein Entkommen. Und darum heißt es weiter. Immer weiter. Immer noch einen drauf. Sobald du rausguckst, kriegst du einen drauf. Das heißt Lukas. Hau den Lukas. Sofort hast du Kopfschmerzen. Migräne. Schon machst du deinen Kopf kaputt und mühlst und der Müller mühlt und will alles reinmachen und zu Staub. Schon bevor die Saat aufgegangen ist. Nein, im Endeffekt bist du der absolute Er... Also du bist... Du ernstest dich jeden Moment als das, was du willst. Das ist deine vollkommene Ernte. Du weißt aber nicht mehr, wann du es gesät hast. Jeder Moment ist ein Harvest. Harvesting. Also Ernte. Und sagen sie ja, dann soll doch erntedankfest sein. Aber wem soll man auch danken? Aber du bist das, was sich unendlich erntet. Das Leben, was sich unendlich lebt in allen Möglichkeiten von Leben. Mehr geht nicht. Und du kannst nicht weniger oder nicht mehr. Es ist genauso, wie das Leben sich lebt. Nein, das Leben lebt sich unterschiedlich. Aber es ist bei der Verschiedenheit von Leben nicht verschieden. Darum heißen sie auch verschiedene Leben. Aber wo findet man verschiedene? Friedhof. Das ist das Friedhof, also Totentanz. Das Leben erlebt sich im Totentanz des Seins. Weil das Leben kann sich als Leben nie erfahren. Da bräuchte es ja zwei Leben. Ein Leben, was sie als Leben, das wäre zwei Leben. Also das lebt sich ja als Unwesentliches oder als Lebendigkeit. Aber es macht es nicht mehr oder weniger. Es ist einfach ein Traum von Leben. Oder leere Erfahrungen nennt es dann. Tote Erfahrungen, die das Leben nicht berühren können. Das Leben nicht vermehren, nicht vermindern. Wo es gar keine Notwendigkeit hat, sich zu erfahren, kann es sich nicht nicht erfahren. In allen Möglichkeiten von Erfahrung. Und schon der Erfahrene, das was man denkt zu sein, ist eine Erfahrung vom Sein. Und die Frage ist, was ist jetzt das Wesen des Seinden? Das Sein oder hat der Seinde ein Wesen oder ist das Wesen sich erfahrend als Seinde? Was ist da ein Wechsel? Das Abdu Träumende, was auch den Träumer träumt, das Träumen träumt und das Geträumte träumt. Aber du bist nicht der Träumer, der verschieden ist vom Geträumten oder dem Träumen. Das sind drei Variationen, von denen du dich erfährst. Aber du wirst nie zu dem, was du erfährst. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Es ist einfach so natürlich, dass es, weil es immer da ist, guckst du immer drauf, was war, was ist, was wird sein. Aber nie als das, ohne dass es gar nicht gäbe. Das ist Ununterbrochenheit von Sein. Du bist ununterbrochen. Die war vor der Geburt, die ist jetzt und die wird sein nach dem sogenannten Verschwinden der Kamera. Also du warst, du bist, du wirst sein. Da kommt nichts, da geht nichts. Da war nichts. Obwohl so viel passiert, passiert nichts. Das ist die Ruhe, die keine Ruhe braucht, weil sie Ruhe ist. Du hast es gesagt, du hast es mit dem Grund geschraubt. Ja. Dieses Warum, das ist ja halt immer, warum ist die Banane krumm? Das war früher. Wenn die Banane gerade wäre, wäre sie keine Banane mehr. Das sind die einzigen Aussagen, dummes Zeug. Weil keiner wird jemals den Grund finden. Es braucht keinen Grund. Von was wäre es dann der Grund? Dann gibt es ja schon wieder zwei. Der Grund von etwas anderem? Uff. Wann hört das mal auf? Oder ist es Teil des Spiels? Heid und Sieg. Das ewige Versteckspiel des Seins. Obwohl es nie versteckt werden kann, tut es so, als wenn es versteckt wäre und sucht in allen Möglichkeiten sich zu finden und freut sich im Nicht-Finden. Ah, da bin ich auch nicht. Das bin ich nicht. Das ist die Freude des Nicht-Findens. Nicht das Ausfinden. Nein, das Nicht-Finden. Man findet weder raus noch rein. Mal gut, dass keiner weiß. Wer frisst das Baby? Grumpel, 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 grumpel. Dann wird er vorne böse. Das braucht ja einen Wert. Man braucht etwas wert sein. Man macht sich wichtig. Der kleine Wicht, das macht sich unerträglich da vorne, weil bei Unerträglichkeit ist er wichtig. Herrliches Spiel. Nur wenn er unerträglich ist, ist er wichtig. Wenn das Sein versucht, ihn loszuwehren, dann gibt es ihn. Herrlich. Ich bin unerträglich für das Sein. Warum will es mich loswehren? Und weil das Sein mich loswehren will, gibt es mich. Herrlich, herrlich. Ja, geht dahin, wo auch der Kaiser... Jeder will sich verpissen, ne? Klappt nicht. Piss auf. Und dann trinkt man immer mehr, damit man irgendwann... die Dusche. Ja, Anita. So ist das ja in der Schweiz auch, ne? Irgendwas? Aus Schweizerland? Nee. Na gut. Dann warten wir ein bisschen. Dann haben wir noch ein paar Tage Zeit. Irgendwann rumpelt es dann hinten und dann kommt doch was. Man denkt immer, es ist alles vorbei, man hat keine Fragen, man hat alles geklärt und auf einmal kommt doch noch, aus irgendeiner Ecke, die man gar nicht mehr denkt, kommt irgend so ein Ding her. Weiß im Ohr. Oh Gott. Kein Ende. Meistens, wenn man alles klar hat. Dann wartet die Unklarheit hinter der nächsten Ecke. Ja, gut. Ich sollte hier sitzen sein, machen Antworten Sinn. Du musst mich ja nur ab und zu ertragen. Ich muss diesen... Ja, meistens kommen ja keine Antworten, sondern eher ein Widerspruch. Ein Paradoxon. Aber ich habe mir gedacht, die Frage löst sich ja eigentlich in der Klärung. Nein, die möchte eine Erlösung finden. Ist das ja einer, der will was oder der Glauber zu wissen? Ja, aber die Frage löst sich doch von selbst. Auch wenn ich ganz im Blödsinn mache, die Frage ist gekommen und ist dann auf einmal weg. Du weißt gar nicht mehr, was da war. Ob die jetzt beantwortet ist oder nicht, ist doch vollkommen irre relevant. Was? Du weißt doch gar nicht, was du gefragt hast nach fünf Minuten. Und was ich geantwortet habe, sowieso nicht. Das wäre ja noch schöner, wenn du verstehen würdest, was ich dir erzähle. Wenn ich wirklich zuhören würde, es würde gar nichts mehr kommen. Ja, okay. Du vergisst doch aus Selbsterhaltungstrieb sofort, was ich dir gesagt habe. Ganz natürlich. Du machst keine neue Idee, du pummelst dich drum rum. Wenn du was Neues schaffen könntest, dann wärst du ja wer. Gib dich so an. Du stellst keine These auf, du bist eine These. Meistens sind wir pro Thesen. Eine These schafft sich auch keine Antithese. Du möchtest die Sündthese sein, aber du schaffst sie nie. Sündenthese sind das. Der Sündenfall. Auf jeden Fall. Fräulein gründig. Fräulein gründig. Ich höre immer Fräulein gründig. Fräulein gründig. Hört sich gut an. Fräulein gründig. Auch gut. Was ist vordergründig? Vordergründig. Ich will immer jemand was wissen. Ich habe jetzt eine Stunde. Wie heißt es? Eine Stunde drüber geht. Und dann kommt die Frage. Ich sollte böse werden. Oder frustriert. Ich entscheide mich demnächst. Was? Ich kann immer nicht böse werden. Ich versuch's immer. Immer so. Jetzt habe ich dir eine Stunde erzählt. Und dann auch diese Frage kommt. Bin ich jetzt ein Scheiß, der mich vernünftig rüberbringt? Oder du, der einfach nur durchlässig ist? Das Nächste. Das Nächste. Bin ich der Versager oder du? Das ist hier die grundlegende Frage. Ich versage sowieso immer. Ich freue mich ja drüber. Wenn überhaupt ein Unterschied ist, dann Freude des Versagens und bei dir ist noch ärgerlich. Ja. Es gibt da einen Unterschied, aber es macht keinen. Zwei verschiedene Rollen. Hier freut sich einer des Versagens und da ärgert er sich drüber. Muss so sein. Das ist das ganze Geschäftsmodell hier. Mensch, ärgere dich nicht. Du stellst da irgendwie die Frage, die dann lieber noch festhält. Ich stelle gar keine in Frage. Wie kann ich einen in Frage stellen, den es gar nicht gibt? Nee, ist kein in Frage stellen. Ich rede doch zu keinem. Warum soll ich dich in Frage stellen? Das bestätigt ja, dass es dich gibt, wenn ich dich in Frage stellen würde. So weit kommt's noch. Wenn ich dir sagen würde, dich gibt's nicht. Ja, dich gibt's nicht. Bestätige schon wieder, dass es dich auch nicht gibt. Damit es dich nicht gibt, muss es dich geben. Ja, nicht gibt's ja, weil es mich nicht gibt. Ja, so ist das. Die ganzen Neo-Ed weiter, da ist keiner, da gibt's nicht Dinge und so. Immer eine Bestätigung, dass es da einen gibt, der dann verstehen muss, dass es ihn nicht gibt. Haben wir gelacht. Kennen wir da welche? Dich gibt's nicht, uns gibt's nicht, das gibt's nicht. Wer hat denn die Frage? Wer fragt denn jetzt? Diese ganzen Neo auf der Flucht. Meine Matrix ist okay. Neo finde ich gut, aber Neo hält weiter, hört da nicht zu. immer weiter. Aber es ist immer eine schöne, da zu sitzen, dass ich über dieses, da ist keiner, Ding und so und Gott und wer will es wissen und Hilfe. Macht das Spaß? Mehr nicht. Na? Aber es hört sich gut an, ne? Für eine Zeit, nicht gibt's nicht. Kann man sich drin zurückziehen. Ne? Ja. Was ist jetzt deine Frage? Jetzt muss er aber stark nachdenken. Ich habe gerade die Demenz eingeschaltet. Das ist auch eine schöne Technik. Da hat einer eine Frage und dann redet sie fünf Minuten über irgendein Ding und so und auf einmal fragst du ihn, was war die? Also wichtig war es bestimmt nicht. Wenn es wirklich eine wichtige Frage gewesen, dann hätte sie behalten vielleicht. Aber es war wirklich nur eine Dialektik. Aber dann sage ich doch die lecklich doch. Dialektische Fragen. Die lecken schon von sich aus, ne? Ein Leck im Schiff. Dialektik. Welchen Tick haben wir heute? Die Dialektik. Die, wenn man da wohl der Kach anbringt, fragt man sich was. Das ist dann Dialektik. Warum? Bezeichnen wir so? Dann macht man eine These, eine Antithese, eine Synthese, der Dreisatz. Dann will man sich absetzen mit. Mit dem dialektischen Dreisatz. Pupp, weg ist man. Dann aus der Synthese wird wieder eine These und dann unendliche Martin Luther auf der Flucht. Wie komme ich jetzt da drauf? Die Thesen an die Tür klopfen. Keiner ist drin, weil er klopft immer. Haut die Thesen an die Tür und an die Kirche. These, These. So ein Fußballverein. Hau ihn rein, hau ihn rein. Ja. Irgendwas? Nee. Im Moment nicht, aber möglicherweise später. Hör ich immer wieder. Gut. Ja. Noch irgendwas von der Demenz? Ich habe nicht vergessen. Ich glaube, die meisten, die Kinder haben Angst, dass die Eltern den Demenz kriegen, weil sie dann richtig mal arbeiten müssen. Habe ich letzte Woche, mein Vater, 96, der weiß alles noch. Der alte, sagt der. als Flak-Helfer in Russland und dann als, jetzt fängt er an von seinem scheiß Militär. Ganze Kind hat er mich in Ruhe gelassen, alle. Jetzt im Alter erinnert sich an diesen ganzen Scheiß. Hat er mir in Berlin, in Polen vor der Grenze gehabt, ein Haus hat er mir gezeigt, wo die Einschusslöcher waren, wo er daneben stand. Junge, wenn der getroffen hätte. Du nicht. Ich sage, Scheiße, ich muss noch mal zählen. Es macht Spaß. Wenn man es nicht ernst nimmt, ist es echt lustig. Hätte, hätte. Es gibt doch viele Heimaturlaubsunfälle. Nee, das war ich nicht. Nee, nicht. Mit Absicht. Das war mit Absicht. Genau im Timed. Das merkt man. Damals gab es noch Regeln. Meine Mutter, am 21. Geburtstag wurde ich gezeugt. Darum immer am 1. März habe ich Rückenschmerzen. Wenn ich mir keine Fragen stelle, dann komme ich wieder auf Astrologie. Das ist Wahnsinn. Jedes Mal am 1. März habe ich irgendeine Rücken, Bandscheibe, wo irgendwas kommt. Und genau, wenn ich zurückrechne, an dem Tag, meine Mutter hat Geburtstag gehabt, 21, und neun Monate, zehn, zwölf Tage, 12. Dezember kamen Karchen. Herrlich, ne? Heute hält sich doch keiner mehr da dran. Da gab es noch Ordnung. Du durfst mit 21 wählen und auch Kinder machen. Und ich bin ein Wunder der Natur, ein Drei-Monats-Kind. Wir haben erst drei Monate vor der haben sie geheiratet. Ich war dabei. Ich kann mich erinnern. Da gab es damals viele. Man wusste ja. Der einzige Grund war, der Bauer die Arbeitertochter heiraten durfte, weil sie schwanger war. Das war berechnet. Nicht nur der Geburtstag, 21, sondern auch, wir machen jetzt, damit wir dürfen. Herrlich, ne? Also ich bin von Grund auf Zweck gebunden. Habe ich immer mehr Taschengeld zugekriegt. Du hast mich ja nur gekriegt, weil du mich brauchtest. Jetzt brauche ich was von dir. Das nennt man Geschäft. Wenn man keine Einheit hat, wie es war. Und rechnen kann. Ich war immer gut im Rechnen. Ja. Die Emotionen sind von die Person. Ne, vom Ozean. Ozean. Emotionen kommen von the Ocean. Ja. Aber ich finde doch immer, ja. Ja, but the Ocean is like der Ozean und seine Wellen. Also the Ocean has emotions. Da ist keiner, der die Emotionen hat. Du hast keine Welle. Du erfährst dich als Welle, aber du hast immer noch Wasser, das sich als Ozean und als Welle erfährt. Also das Wissen, was als Ozean und als Welle nicht verschieden ist. Das Sein als Ozean und als Welle. Und die Emotion ist eine Emotion des Ozeans, des Ganzen. Es gehört keinem. Aber ist es nicht so, wenn man glaubt in die Person, noch Glauben hat, dann? Ja, ist auch eine Emotion. Ist auch eine Idee. Das ist ein Emotionskörper. Ja. Jeder Gedanke ist eine Emotion, also eine Welle des Seins. Klein und große Wellen. Manche sind ja auch Sturzbäche oder so. Und es ist auch das Glauben alles Welle. Dauerwelle. Miniply manchmal im Kopf. Dann kann man wenig nichts machen. Nee, die Wellen kommen. Ja. Manchmal ist es stürmisch, manchmal ist es ruhige See. Also wenn es ruhige See ist, dann ist es stiller Ozean. Also Pazifik. Ohne Fack. Pazifik. Spazifik. Pazifik. Spazif. Nee, aus Bars macht das keiner. Du kannst immer sagen, das Sein ist manchmal aufgewühlt, manchmal nicht, oder die Wellen sind höher, oder manchmal sind es Surfwellen und der Surfer ist eine Welle, die auf einer Welle surft. Der Surfer ist eine Welle. Das ist so, dein Bedenker ist schon eine Welle, das Denken ist eine Welle und das Gedachte ist eine Welle von dem, was der Ozean selbst sieht. So eine Welle denkt, sie hätten eine Welle erzeugt. Die Welle ist schon vom Ozean, eine Emotion des Ozeans und das Spiel des Denkens und das Gedachte. Alles sind Wellen des Seins oder des Ozeans. Ganz einfach. Es gibt keinen Meinen dabei. Es gibt keinen Besitzer. Es gibt eine Idee von Besitzer Welle, aber die Besitzer Welle hat keine andere Welle. Die besitzt sich nur mal selbst. Es gibt eine Idee, eine Emotion vom Besitzen, aber die Emotion besitzt nichts. Was ist das Gleiche Wellen? Auch eine Welle. Religionswellen. Dann das würde auch da am festhalten. Ne, alles Welle. Welle, Welle, Welle. Welle, Welle, Welle. Sei es gewesen. Das ist so wie der beim Zauberlehrling. Der Wasser, die Geister, die das Wasser und das Wissen schaffen. Unendlich, obwohl du es gar nichts brauchst. Der Ozean ist schon vollkommen befriedigt, also vollkommen und dann kommt immer wieder der Wasserträger, der Geist, der immer wieder Wissenschaft oder Wellen von sich gibt oder Babbel, Babbel, Dornewelle, alles Wellen. Aber du bist der Ozean, der sich als Welle erfährt, aber das macht dich nicht zur Welle. Du erfährst dich als Denker, als Denken und Gedachtes, aber du bist weder der Denker noch das Denken noch das Gedachte. Du bist immer das, was das Wesen an sich ist, was sich als unwesentliche Welle erfährt. Aber auch die Welle ist, das Wesen der Welle ist nicht verschieben vom Wesen des Ozeans. Also ein Spiel von Shakti, das ist Shiva Shakti. Dieses Spiel von Energie, die Energie, die du bist, das Sein, was sich dann als was auch immer erfährt. in allen Wellenformen. Von Sein oder Nichtsein oder was immer. Ja, die ist die Welle, die denkt, sie existiert. Verschieden von einer anderen Welle. Wie ist verschieden? Ja, weil es gibt ja, wenn es dich als Welle gibt, bist du nur unter anderen Wellen. Du kannst ja als Einzelwelle nicht existieren. Du brauchst immer Wellengang. Also mehrere Wellen. Flut. Eine zweite Welle. Du musst ja als Welle verschieden sein von dem Ozean. Und in dem Moment, wo die Welle sich als verschieden vom Ozean erfährt, erfährt sich der Ozean verschieden vom Ozean. Das ist ja der Wahnsinn. Man hat Angst, um Ozean zu werden. Nein, man hat ein Minderwertigkeitskomplex von Pongalien. Weil man was ist, hat man Angst, nicht genug zu sein. Das ist immer ungenügend. Wo du nur Welle bist, benützt dir nie. Da ist kein Frieden. Keine Selbstzufriedenheit. Als Ozean zu sein, der kein Ozean kennt, das ist Satisfaction. Das ist auch der einzige Fakt, dass du bist. Also Sat ist Faction. Fakt. Also es ist Fakt. Und eine Welle zu sein, ist eine Fiktion. Und wenn du eine Fiktion bist, möchtest du keine Fiktion. Dann hast du Angst, als Fiktion nicht sein zu können. Das ist eine Existenzangst. Eine Infektion ist fragwürdig. Aber das, was Satisfaction ist, das ist ein Fakt, dass du bist, die ist trotzdem da. Obwohl du dich identifiziert hast mit etwas Fiktives. Aber damit etwas Fiktives sein kann, muss auch das sein, was du bist. Du kannst dich nur als etwas Fiktives erfahren, weil du bist, was du bist. Ohne das geht es keine Fiktion. Aber das, was du bist, geht es mit und ohne Fiktion. Das ist jede Nacht im Tief-Tieflust, bist du mit und ohne Fiktion. Fört jede Fiktion auf. Dann bist du Ozean, der keinen Ozean kennt. Und jeden Morgen beim Wachwerden ist die Welle als Emotion des Seins. Der Körper, die Energie wird wach. Aber da wird keiner wach. Aber das kann man auch nicht erreichen, das ist das Schlimmste. Also es gibt keinen Weg da. Es gibt viele Wege und alle Wege, es gibt alle möglichen und unmöglichen Umwege, aber keiner, obwohl die Welle ist von Natur aus, es wird zur Welle und dann verschwindet sie wieder im Ozean. Also ganz natürlich, wie du geboren bist und dann wieder versinkst du im Sein. Du kommst aus der Unendlichkeit als Endliches und versinkst in der Unendlichkeit, was du Tod nennst. Aber in der Endlichkeitserfahrung wirst du nicht endlich. Das Endliche verschwindet in der Unendlichkeit, wo es hergekommen ist. Also die Welle erscheint und vergeht. Genau wie der Körper und die Person und meine nassen Hände. Man darf nichts in der Hand haben, wenn man so Gesten macht. Das sind dann Gestern. Das kommt von Gesten. Das klebt. Fast raus. Also eigentlich ist es das Schlimme ist, man muss es nicht verstehen. das Schlimme ist, man muss es nicht verstehen. Das Verstehen wollen ist ja schon was Schönes damit. Dann gibt es ja eine Hoffnung, dass man es verstehen könnte vielleicht. Aber in der Hoffnungslosigkeit, wo man es nicht verstehen muss, um zu sein, das ist schlimm. Der denkt, er müsste verstehen. Dass es gar keine Unendlichkeit gibt zum Verstehen. dass du von Natur aus bist, was du bist und nicht, weil du es verstanden hast. Eigentlich ist für den Hölle des Verstehenden, dass er nichts verstehen muss, um zu sein. Nur weil er es dann versteht und nicht versteht, interessiert auch keinen. Verrückt und zugenägt. Das Schlimme für den Erfolg ist immer, dass gar keiner was von ihm will. Keiner will was. Sein will nichts. Und jeder tut mit dem anderen zum Gefallen, ich will was von dir. Dann bestätigen sich zwei Wellen. Mit dir möchte ich auch mal Dauerwelle spielen. Verheiraten sich zwei Wellen. Und bringen sich ständig, damit sie am Leben bleiben. Immer rütteln sich und durchdringen sich und schaffen noch eine kleine Welle. Dann gibt es noch eine Familienwelle. Gehen sie ins Stadion beim Fußball, machen noch eine Welle. Immer Welle spielen. Aber macht doch Spaß. Eine Welle versinkt, eine andere Welle kommt hoch. Aus dem gleichen würde ich sagen, alles ist Gold. Alles ist sein. Egal in welchem Ornament es sich zeigt. Ob es sich als Ring, als Kette oder als irgendwas zeigt. In seiner Natur ist immer Gold. Das das gleich im Prinzip. Also alles ist Gold. Das ist Alchemie. Also aus allen Fiktionen wird Gold in dem es schon das ist, was es ist. Nämlich rein Gold. Man macht keiner aus Blei Gold oder so. Gold ist einfach eine reine Selbsterkenntnis zu sein, was nichts erkennen muss und zu sein. Ehrnisch. Ja. Weil du gierig bist. Die Welle ist so gierig, sie möchte sogar den Ozean umschlingen. Mein Sein. Dafür wirst du bestraft. Und dann wirst du arrogant. Ignoranz und Arroganz kommen zusammen und dann leidest du unter deiner eigenen Arroganz mit deiner eigenen Getrenntheit von dem was du bist. Aber mach weiter so. Stört keinen. Ja, aber stört keinen. Keiner will, was ändert. Ob du jetzt arrogant, ignorant oder irgendwas oder ob du leidest oder nicht leidest. Es interessiert kein Schwein. Das ist das Verrückte. Will keiner wissen. Ja, es ist so. Interessiert keinen. Wenn du wirklich wissen. Keiner will es wissen. Nur niemals du. ja, der wicht möchte natürlich denken, wenn er sich dann so andere Leute aufmerksam kalt. Das ist ja dann immer nur guck mich an. ein bisschen Mitleid haben. Ich fühle mich so klein und so unsichtig. Dann macht meine Gruppe auf. Ich auch. Dann kommt so eine MeToo Gruppe. Und dann war der Produzent aus Weinstein Einstein MeToo Gruppe. Und jeder sagt, ich auch vor 30 Jahren. Ich weiß was, ich bin zwar ein bisschen dement, ich weiß nicht mehr, aber war was. Da war was. Nach 30 Jahren kommt einer und sagt, ja, ich glaube, der hat mich da unsittlich. Ich weiß nicht wie, aber da war was. Schatten da kommt raus. Ich spüre die Hand noch auf meinen, ich weiß nicht wo, aber ich spüre sie noch. Schon ist Emergency. Sobald du aufstehst, Emerge, you see. Dann bist du schon in dem Notfall. Bist du schon im Krankenwagen des Seins. Emergency. Was kann ich machen? Was muss ich tun? Was ist heute für mich dran? Arbeitsaufgaben. Muss ich mich klein machen, verstecken, wenn mich keiner findet? Oder muss ich mich wichtig machen in meinem Tatütata? Die Polizei ist da. Ja, wir können ja nicht an. Was? Ja, mach doch nichts. Will auch keiner wissen. Schön, dass wir schlagen. Was ist denn? Du merkst, was da, diese Lächerlichkeit von hinten, da lacht das Schwein von hinten und denkt, aber keiner will es wissen. Heute ist was los, oder? Kranken. war meist Gesundheitswagen oder Krankenhaus. Krankenhaus. Das ganze Leben ist ein Krankenhaus. Psychiatrie. Und jeder hat eine Geschichte, die er verkaufen möchte. Warum geht und ich, mir geht so schlecht, weil, 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 Die ganze Litanei geht dann auf und so. Dann der ganze Wettbewerb, wer hat eine schlimmere Kindheit oder eine schönere Kindheit und wer hat mehr Nieren oder weniger Nieren? Das geht mir an die Nieren. Hört sich auch mal gut an. Was, du hast noch Nieren? Ja, so Missbrauchsfälle, wenn sie Gruppen oder so, wer ist mehr missbraucht vom Onkel oder vom Bösen oder irgendwas? Gott, wenn dann einer anfängt, sofort geht der Wettbewerb los. Oder bei bei den sogenannten Realisierten, wer ist mehr realisierend, wer ist tiefer in sein eingedrungen, wer ist, in welchem Umstand? Dann ist dann Adi da in seinem achten Zustand irgendwo, den noch vor ihm kein anderer erreicht hat, nur er und Ramakrishna war im fünften und Ramakrishna nur im vierten, vier und halten und irgend so was. Ein ganzer Wettbewerb der ganzen, es ist herrlich, dass der Kindergarten hat so viele Levels, also so viele Stadien irgendwo und er hört nicht auf bei Realisierten oder irgendwelchen Erleuchteten da oben oder war jetzt Lugananda mehr höher in seinem Zustand oder als Ineinander? Übereinander? Oder wer war mehr Durcheinander? Schieb aneinander? War der jetzt schon auf die schiefe Bahn gekommen? Shit aneinander? Das hört mich auf. Es ist im Kleinen so, wenn du den triffst, dieser Austausch von wo bist du gerade? Zwei bestätigen sich so. Jeder hat dann entweder, er ist besser oder schlechter dran. Es ist ja auch ein Wettbewerb, dem geht es schlechter. Der ist ja auch. Und wer beschwert sich am meisten? Da sind wir im Weltmeistergrad hier im Umfeld. Da gibt es ja auch dann Berichte, welche Bürger welchen Landes fühlen sich am wohlsten. Da möchte ich mich hin. Sehr ständig gedruckt, dich wohlzufühlen. Das ist doch Wahnsinn. Die glücklichsten Menschen leben da und da. Wer will da leben? Darf sich nicht mehr beschweren, musst immer grinsen. War das da nicht in Miramar oder sowas, wo immer Dings und jetzt fallen die Bomben wie verrückt, weil die Buddhisten auch nicht ganz so friedlich sind? Es war mal immer dieser große Mythos, dass Buddhisten friedlich sind. Okay, er wurde auch gut zerstört da hinten. Haben sie alle Moslems rausgejagt, mal nach Bangladesch und Deng und so und dann Mosle und Deng und jetzt die Widerstände werden radikal weggebombt und die Mönche sind wie die Ayatollahs im Iran genau solche ist das nicht herrlich. Kein Umkommen. Ja, ich finde sowas gut, wenn es sich richtig zeigt, dass es da keine bessere Religion gibt. Weil alle Religionen sind irgendeine Welle, die auch wieder geht. immer wieder New Waves und Old Waves und dann gibt es irgendeinen Propheten, der will nur eine Fete machen, nur feiern, der feiert sich selber wird er zum Propheten. Wenn die Religion anfängt, sind sie alle weg. Das sind die Religionsstifter, die gehen stiften, bevor die Religionen anfangen. Weil keiner will unter der Religion leben. Ach, gut. So, wo waren wir? Noch irgendwas? Ihr seid doch noch voll mit irgendwas. Wo können wir das Radiergummi noch ansetzen? Den Schnitt. Halbgehängtes, weggeworfenes hängen. Ist doch der Geigenhumor, das ist das. Eigentlich, wenn geht es nur um Geigenhumor, weil da ist vollkommen, was immer, irgendwann ist der Scheiß eh weg. Tod ist das einzige Gewissheit, die für diesen Körper, die Welle wird irgendwann mal weg sein, das ist Geigenhumor. Dann ist er eh schon weg. Dann lass dich weg. Das ist das einzige, was du kannst nicht weglassen. Weil, indem du alles, ja, die Bestimmung von allem, was du erfährst, ist Tod. Weg sein. Flüchtigkeit. Und was ist dann noch zu erfahren, was ist dann noch zu erreichen in dieser Flüchtigkeit? Immer dieser Fluchtgedanke. Ach, warum muss ich immer so radikal sein? mit dem Namen, ich kann, muss mich dran halten. Kannst du mir ein paar Hinweise geben, wie man das ein bisschen angenehmer macht? Nein! ich bin gnädig. Das ist Gnade. Gnadenlosigkeit. Mitleidslosigkeit. Das ist die Natur von Compassion. Und nicht, ach du Armes, wie kann ich dir helfen? Och, geht's dir heute nicht gut? Möchtest du ein bisschen wichtiger sein? Seine Person wieder ein bisschen, fühlst du sich wie heute ins Ohr? Bist du wieder mit Kopfschmerzen aufgewacht? Och, alles was im Kopf hat, ist Schmerzen. Kopfschmerz von sich aus. Aber was will man denn machen? Kapitän? So, head on. Head on, head off. Head in. Head. Ja, was war noch? Ja, man ist immer Richard Gimbel. Der Einarmige auf der Flucht. Es ist einfach von Natur aus unerkehlich, etwas relativ zu sein. Und dann wirst du immer raus. Und das ist aber die Bestätigung, dass es da einen gibt, der raus muss. Das möchte er auch. Das Phantom braucht immer die Notwendigkeit zum Fliehen, damit es ihn gibt. Also, wenn das Phantom gibt dann. Was soll es sonst machen? Es muss sich bestätigen, weil ohne Bestätigung gibt es nicht. Und es braucht immer von sich auf, es besteht morgens und dann, der Schmerz ist es halt immer. Hört ihr mal von, gibt es von, wie heißt die? Hört. Es hat mal, wird das noch gesungen? Ach, mein Name. Namen, es fängt an. Johnny Cash. Johnny Cash, ja. Aber das Lied kam von, Nein in Schnee. Von was? Nein in Schnee. Ja, ja, Nein in Schnee. Nein in Schnee. nee jetzt. Hört, das ist gut. Hört ihr das mal an. Das Einzige, da wacht also ein Drogenabhängiger auf, das Einzige, was eben noch an dem, wo die Nadel, also wo es weh tut, wenn die Nadel reingeht. Also, das ist dann das Einzige, was er noch spürt. Also, wo kein Ding. Es gibt ja viele davon. Also, auch Drogenabhängige, die wollen ja raus aus ihrer Qual. Die sind ja, also für mich sind Süchtige einfach, die wollen, wie sucht sich zu entkommen. Also, aus dieser Unmöglichkeit, etwas relativ Geborenes, aus einer Phantomwelt sich zu fliehen. Eine Naturtendenz. Die Welle, die keine Welle sein würde. Also, was tun? Bitte? Ja, es gibt nur Süchtige. Alle sind selbstsüchtig. Du suchst ständig nach dem Selbst, obwohl es nie verloren ist. Das ist das Wahnsinn. Du hast das, was du bist, nie verloren und suchst danach. Obwohl, du kannst das nicht sein, was du bist und doch suchst du nach dem, in allem. Aber überall, wo du guckst, findest du es nicht. Also, was tun? Aber sobald du etwas bist, möchtest du nicht mehr sein. Sobald du etwas bist, möchtest du nichts sein. Und dann sagen dir Lehrer, du bist das Nichts. Für mich ist das Nichts immer noch zu viel. Weil dann gibt es immer noch einen, der das Nichts ist. Also, für mich bin ich weder nichts noch alles noch irgendetwas. Das ist eine vollkommene Abwesenheit von irgendeiner Idee, was zu sein oder nicht sein ist. Das ist so tief, tief schlag. Das ist so das zu sein, was du bist, und gar keine Notwendigkeit zu wissen. Von sein oder nicht sein. Es gibt gar keine Frage. Aber sobald die Welle morgens wach wird, hat er die Frage, bin ich, bin ich nicht? Oder warum bin ich? Weil das Ganze kommt in dem Moment, wo du Welle bist. Und da kommst du auch nicht raus. Du bist ja auch das, was die Welle ist. Aber du bist auch das, was der Ozean ist. Du bist ja nicht die Welle. Du bist die Natur der Welle und du bist die Natur des Ozeans. Und du kannst der Natur nicht entkommen, wie du bist. Also du bist nicht verschieden vom Träumer, den du träumst. Du bist der Träumer, das Träumen und Geträumte. Das ist das, was die Natur des Träumers ist, das Träumen und Geträumten. Das kannst du nicht nicht sein. Also jetzt nicht der Träumer zu sein, das macht dich ja zum zweiten Träumer, der nicht der Träumer sein möchte. Das ist Wahnsinn. Wenn du Mensch bist, sei Mensch. Das, was der Mensch ist. Aber das, was du bist, ist mit und ohne Mensch sein. Aber wenn du Mensch bist, sei der ganze Mensch, der absolute Mensch. Das ist wieder Jesus auf der Flucht. Wenn du Vater bist, sei Gewahrsein. Wenn du Bewusstsein bist, Geist sei Geist. Wenn du Mensch bist, sei Mensch. Aber sei nicht als Gewahrsein verschieden von dem Mensch sein. Weil du das bist, was das ist. Es gibt da nichts Weites. Es gibt in der Trennung keine Trennung. Es gibt in der Einheit keine Einheit. Du erfährst sie als Einheit und erfährst sie als Zweheit. Aber du bist die Einheit und du bist die Zweheit. Und weder noch. Aber wem sage ich das wieder? Wer muss das wissen? Und wer nicht? Die Frage, warum darüber reden, ist nur die einzige Antwort, warum nicht. Es gibt sonst keine Antwort. Warum nicht? Dauert eh länger. Wenn es eh nicht aufhört, kann man darüber reden. Ja. Was passiert beim Tod des Körfers? Ich habe das jetzt von meiner Mutter erlebt. Es hat zwei Stunden gedauert. Zwei Stunden. Ja. Wie der Atem. Also stimmt das gar nicht. Es gibt die Zehn und es gibt die Neuner und bis auf einen. Okay. Oder Was übernimmt da? Oder was passiert da? Gar nichts. Da ist ja nicht mehr dieses relative... Nee, da hört der Energiestrom auf, der den Körper einfach lebenssach wird. Reduziert sich auf null. Wird dann zum Objekt. Wie ein Stein. Was lebt denn überhaupt das Ganze? Wie Elektrizität? Das gleiche, was die Lampe zum Glühen bringt, bringt auch den Körper zum Atmen. Oder das ganze System. Und wenn dann das System zusammenbricht, dann hört einfach der Motor auf zu arbeiten. Aber der Motor ist ja immer noch tatart. Aber kein Saft mehr. Dann ist es weg. Aber es ist keiner gestorben da drin. Ich hatte in Berlin, da war die Athene, die hatte ihren, mit Reichthofer, die hatte krebs und dann hatte sie zwei, drei Monate und dann mit Doktor und Ding und dabei und dann letzte dann und die war, ah, weg. War gut. War lustig. Nee, schön. Wo der Charakter die Welle sich total ausspielt. Sie war eine total Kontrollierende. Sie total alles kontrollieren musste bis zum wirklich zwanghaft Ding. Und dann auch zum letzten, wo sie gedrückt und Ding und genau die letzte Zigarette, das letzte Glas Wein und Ding und genau arrangiert, genau wie sich vorgestellt hat, genau das Drehbuch durchgezogen und dann gedrückt und dann zwei Minuten später war es weg. Das Letzte, was sie gesehen haben, war ich. Das hat mir doch zu Dank gegeben. Danke. Du guckst drei und da passiert nichts. Das ist so, als wenn, ja, ein brodelndes Wasser, wenn man unten die Herdplatte abstellt, wird es einfach wieder ruhig und einfach nur Wasser. Und vorher gibt es da brodelndes Wasser, weil da eine Energie das zum Brodeln gebracht hat, oder sobald die Energie weg ist, versinkt es einfach nur noch in Ruhe. Mehr ist nicht. Genauso ist das, wenn du morgens wach wirst oder dass du darin wach wirst in dieser Maschine, die noch Saft hat. Und eigentlich haben wir davor genau Angst, dass dieses weggeht. Nee, dass keiner da ist. Dass beim Gehen keiner geht. Du möchtest ja, manche, die haben Angst davor, dass sie beim Gehen wirklich gehen, dass sie weggehen möchten. Oder dass sie nicht gehen können. Dass es nicht aufhört. Gibt es auch. Beide sind Ängste da. Die Angst, dass es nicht aufhört beim Tod und die Angst, dass es aufhört beim Tod. Weil das Wellenangst geht. Beides ist möglich. Aber das ist wie einschlafen nachts und wenn morgens keiner aufhört, keinen stört es. Würdest du dich kümmern, wenn du morgens nicht mehr wach wirst, wenn der Körper nicht mehr als Erfahrung da ist? Nur deine Umgebung vielleicht. Oder beim Eim, der ist nicht mehr wach geworden. Der ist aber ein schöner Tod. Sondern es ist einfach nur die Totalität ist übrig geblieben. Das ist Tod. Die Totalität in seiner Natur. Total. Mit und ohne Bewegung. Mit und ohne Bubbeln, Babbeln und Blutfluss, Herzpumpe. Das ist alles nur mechanisch. Die Energie, die das am Leben hält, ist doch deshalb nicht weniger geworden. Wenn das Ding aufhört zu pumpen. Das ist immer das Letzte, was zu Ende ist, ist die Pumpe. Vergiss er. Und wenn du dann, was ist jetzt gar nichts? Wird da nichts passiert. Wie beim Geborenwerden, da ist keiner geboren. Das Baby, gibt doch kein Baby, das weiß, dass es ein Baby gibt. Nach einer Zeit gibt es dann die Gemeinschaft, die Mutter, die den Ding dann rein, du bist mein Kind, du ganzen Ahrending und deine Charaktere. Aber darum werdet, wie die Kinder werden, sei ein Baby, was nicht weiß, dass es Baby ist. Ein Baby weiß gar nicht, ob es es gibt oder nicht gibt. Es hat gar keine Ahnung von sein oder nicht sein. Totale Ahnungslosigkeit. Dann brauchst du immer, die Wellen um sie rum, die sagen, du bist die Welle, du bist die Welle. Der Friseur wartet. Das ist die Gemeinschaft von Wellen, die natürlich dich zur Welle macht, aber als kleines Kind. Und das ist genauso, zu dem gehst du zurück. Und wenn auch Demenz ist, ist das ähnlich, dann bist du auch wie ein Baby, was gar nicht mehr weiß, was es ist. Ist das jetzt irgendwas Schlimmes? Dann müsstest du ja auch ein Baby dann, oh, du armes Baby, du weißt nicht, was du bist. Nein, du guckst in das Baby rein und verliebst dich sofort in die Unschuld des Babys, weil da kein Charakter, kein Täler, keiner ist, der da ist. Du verliebst dich in dich selbst, indem du auf das Baby schaust. Weil es da gar keine Persönlichkeit gibt, gar keine Person, die da, diese Unschuld, diese Innocenz, die da drin ist. Kommst du gar nicht weg, du wirst es und und jeder schmilzt dahin in Unschuld. Und so ist es genauso beim Tod. Du schmilzt es einfach wieder in Unschuld. Und die Schuldlosigkeit. Also eigentlich ist das ein schönes Grund zum Feiern. Geboren werden sollte man eigentlich und beim umgekehrten Ja, mach total. Jetzt endlich wieder total. Nicht eifersüchtig. Jetzt habe ich meine Mutter verloren, meinen Mann und mein Ding und Ding. Das ist ja nur Selbstmitleid, was da mitgeht. Jetzt muss ich ohne die Welle weiter schwimmen. Schwimmen weiter. Ich will nicht in Amerika. Doch, schwimmen weiter. Alter Witzler. Mama, Mama, ich will nicht in Amerika. Schwimmen weiter. Was sagt Jesus? Lass die Toten die Toten begraben. Was heißt das auch? Was mich berührt hat, war zu dem, wie das Leben oder diese Energie geht. Das Leben geht nicht. Was geht da? Was ist das denn? Das ist doch nicht weggegangen. Wo ist denn hergegangen? Aus dem Körper geht auch nichts raus. Aber der Körper hat sich verändert. Ja, der Motor, da war vorhin Motor, da war Treibstoff drin. Ja. Und dann kann er möglicherweise brummen vor sich hin. Bis der Treibstoff vorbei ist. Oder irgendeine Zündung nicht mehr funktioniert. Und dann hört der Motor auf zu... Bumm, 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 bumm. Mehr ist doch nicht. Da kommt doch nichts. Da ist doch nichts. Die Dynamik der Welle, die hört auf. Oder die Welle bricht sich. Am Ufer oder irgendwas. Dann ist sie weg. Aber ist doch immer noch Wasser. So eine traumhafte Fiktion von einer Welle. Das Leben ist doch nicht weniger dadurch. Die Energie ist doch nicht weniger. Die verändert sich. Die transformiert sich nur in etwas Ruhiges. Also eine aktive Energie wird inaktiv. Mehr ist nicht. Das Aktion, aktives, energetisches Vibrieren. Und dann die Vibration geht in Ruhefunktion. Nicht-Vibrieren. Das ist das Leben. Das Sein ist vibrierend und nicht-vibrierend Sein. Mehr ist nicht. Jetzt, dass das vibrierend ist, solange du bist, vibriert. Und dann geht es zur Ruhe. Ruhe in Frieden. Aber es ist immer das, was es ist. Energie kann nicht vermehrt oder vermindert werden. Das Sein, das Leben wird dadurch nicht mehr oder weniger. Ob es sich vibrierend, oder die Energie sich vibrierend zeigt, als Form, oder als nicht-Form. Oder die Form dann zurückgeht in deine Ruhe-Position. Wenn es ein Stein, wenn du den heiß machst, auf einmal platzt er auf, dann passiert was. Und was ist denn dieser Körper überhaupt? Alle sieben Jahre gibt es keine alte Zelle. Alle Zellen erneuert. Alle sieben Jahre gibt es einen ganz neuen Körper. Genauso, wenn du in den Fingernägel wachst. Du sagst, verabschiedest dich von deinen Fingernägeln. Och, du musst mal mit Fingernägeln. Für manchen ist es natürlich tödlich. Wenn du ein Fingernägel kriegst, geht die Welt unter. Und wenn ein Holzfäller in Kanada sich den Finger abschneidet, arbeite er weiter. Das sind die Unterschiede von, wie sich die Welle gelebt wird. Sonst könnte ich gleich mal zum Friseur gehen. Meine Haare, mein Leben. Wie oft habe ich dieses Ding von dem Meister, dem Zen-Meister in Japan, wo der eine erleuchtet werden möchte. Und einfach nur, ja, wirst du wirklich erleuchtet werden, ja, dann gib mir deinen Finger. Bist du bereit, deinen Finger dafür zu geben? Oh, mein Finger. Boah, schneide ihn ab. Bist du bereit, dein Arm? Ah, meine Hand. Oh, mein... Schneidet ihm den Arm ab. Was bist du jetzt weniger? Das ist die Frage. Er fragt das sein. Macht dich das weniger, wenn du jetzt keinen Arm hast, keinen Finger, kein Ding. Oh, mein Arm. Also immer noch die Tendenz des Besitzen, meinen und daran zu hängen. Und dann Kopf ab. Und dann rollt der Kopf auch noch, bist du jetzt weniger? Und dann in dem Moment 3000 Jünger sofort erleuchtet. Weil ein Kopf gerollt hat. Ja, weil jeden, den hinterher gefragt hast, bist du erleuchtet? Keine Frage mehr in der Erleuchtung. Da ist keiner mehr zum Meister gekommen, Meister erleuchte mich. Alle waren auf einmal instant enlightenment. Super. Aber es ist doch... Wie mache ich immer das Ähnliche? Wenn ich jetzt in der Situation, wenn es mich dann für nicht einsperren würde, würde ich jetzt auch hier jetzt machen. Mit ihm. Ja, ich mache es anders, aber ich schneide genauso. Ich schneide, ich reduziere dich auf das Wesentliche, wenn überhaupt. Das ist eine Reduktion auf das Wesentliche. Auf das, was das Wesen ist. Also ich abstrahiere total alles, was abstrahierbar ist. Und das, was du bist, in deiner totalen Abstraktheit verbleibt. Ja, mehr ist nicht. Also es ist eine totale Abstraktion oder Substration, was immer. Auf totalen Null. Auf den totalen Nullpunkt. 273 minus Fahrenheit oder was. Kelvin. Und da ist Ruhe. Und aus dem kommt immer aus dieser Ruhe Wärme hoch, wärmt es sich an. Aber auf den absoluten Nullpunkt sind sie noch nicht gekommen. Die sind, glaube ich, ein hundertstel Grad davor oder irgendwas. Aber die haben den, weil dann bleibt alle Partikler, gibt es keine Bewegung mehr im Universum. Das ist alles totaler Nullpunkt. Und das ist eigentlich deine Natur. Die Null, Null. Nämlich der Natur der Null. Absolut. Und aus dem träumt sich in allen Vibrationen von, was man in Indien Schakti nennt. Das ist Shiva in seiner Glorie von sich nicht zu kennen und absolut das zu sein wird. Und aus dem Shiva-Sakti, Schakti ist dann das Bewusstsein als die Erfahrung von allem Möglichen und Unmöglichen. Aber dadurch wird Shiva nicht weniger oder mehr. Oder selbst, was du bist, nicht vermehrt vermindert. Das Rest ist alles, ja, dein Körper. Das ist dein absoluter Körper vom Bewusstsein. Und eigentlich ist das Bewusstsein dein Service, also dein, alles anschafft, der Geist. Dich unterhält. Das ist einfach wie so eine Unterhaltungsshow. Und lass dich unterhalten. Du bist das. Wenn du dich nicht unterhalten, das wäre sonst. Tja. Sterben. Und du wolltest ewig leben. War ein schöner Roman. Von Miller oder was war das? Aber du musst dich bei der Bundeswehr lesen. Du hattest so viel Zeit ganzen dicken Dinger durchgebuggert. Im Büro. Ich durfte nichts mehr trinken, weil ich Magen spüre heute nach vier Monaten. Nicht mehr saufen bei der Bundeswehr ist tödlich. Die meisten fangen an zu saufen und zu rauchen bei der Bundeswehr. Ich habe aufgehört mit allem. Furchtbar. Wie fragt man? Da frage ich mich auch. Wie kommt sowas? Bin ich zu empfindlich? Da lasse ich es nicht zu, dass mir irgendeiner einen Befehl gibt. Nach vier Monaten habe ich mich so zermürbt, dass mir einer im gleichen Alter und ein Idiot sagen könnte, meine Haare sind zu lang. Oder mach den Knopf zu. Steine dich dann und dich hin. Da brodelt und dein Magen hat sich verkrampft bis zum Leben nicht mehr. Und natürlich dann abends Schnaps, Schnaps und Zigarette und nach vier Monaten gießen, gießen. Bundeswehr kann noch sechs Wochen zehn Valium zehn Tabletten jeden Tag. Das war damals die Kur 72. So haben die das gemacht. Wir haben einfach Schonkost und zehn Valium zehn, also Tabletten. Warst du noch im Delirium also ruhiggestellt bis zum Jeden hin? Ich meine, das ist natürlich vielleicht kommt da alles her. Hatte ich lange Zeit mein Delirium da hinten rumzugucken. Dämmerzustand, Dämmerschotten. Es dämmte mir. Gut. Wo waren wir? Wie das seien so Spielen. Lemke. Äh. Lempertz. Perz. Perziell. Jeder ist immer gut interessiert in Geschichten. Warum kannst du jetzt da vorne sitzen und warum 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 kommt aus dir dieser ganze Ding und nicht aus mir? Ich habe auch keine Idee. Ich kann nicht sagen, dass das und das geführt hat. Es ist einfach so wie es ist. Ich kann nicht sagen, das hat mich dazu befähigt oder das hat mich dann vorbereitet. Ich weiß nur für das zu sein, was ich bin, gibt es keine Vorbereitung. Absolut nicht. Also es gibt kein Vorkochen. Normalerweise möchte man ja voressen, damit man immer satt ist. Man kriegt ja genug. Man möchte ständig wissen, wissen, Erfahrungen, Bücher sammeln und Dings und irgendwelche Erklärungen, damit man irgendwann mal satt ist. Aber Sattheit ist dann, wenn du Sattheit bist, aber nicht, weil du davor gefressen hast. Egal, was du gefressen hast. Du hast ja mal alles ausgefressen. Was habe ich ausgefressen? Wer einmal aus dem Blech nackt frisst, der bleibt immer im Gefängnis. War ein schöner Film. Fernsehserie, ne? 60er Jahre. Wer einmal aus dem Blech nackt frisst. Kennst du es noch? Ne? Boah. So weit die Füße tragen. Boah. das war noch Filmwelt. Da gab es ja nur ein Programm. Da war 100% Zuschauerquote. Heute machen sie schon bei 5%, denken sie, sind die Weltmeister. Tausend Programme und nichts drin. Ja. So. Ja. Ich finde es ja, dass das eine Fähigkeit ist. Und ich mache es ja, dass es nicht zu nützlich ist, sondern es ist nicht los. Durchwachsen. Durchgängig. Ja. Warum soll ich jetzt zu den Österreicherinnen sprechen? Ja. Interessiert mich doch gar nicht. Aber wieso habe ich Stätigkeit da nicht da wenn egal wenn sie ihr steht. ja weil ihr habt eine Übereinkunft. Ich bestätige dich und du bestätigst mich und dann unterhalten wir uns mal. Das ist eine Unterhaltung. Aber ich will ja keinen halten. Dann gibt es keine Unterhaltung. Keine Notwendigkeit der Unterhaltung oder Austausch. Hier wird nichts ausgetauscht. Wir sind beide du bist schuld ich bin schuld mir schuld du schuld schuld ewige schuld der ewige man bleibt sich immer alles schuldig nämlich sich zu kennen also wir sind immer selbst schuld sich zu denken gedenkt würden uns nicht kennen das ist selbst schuld bleiben wir uns immer schuldig zu wissen was wir sind und du wirst nie wissen was du bist wird da kein Wissen geben in dem was du bist also in der Abwesenheit eines Wissen bist du was du bist das würde sich nie aber nie als wissen weil sobald der Wissende da ist bleibt du selbst das Wissen schuldig immer schuld immer soll oder haben beides ist schuldig dann bist du ehrig oder bist du fromm sein oder haben also vorne ist immer schuld hinten gibt es gar keine Frage nach Schuld dann gibt es weder das eine noch das andere also wie man als hinten bezeichnet weil für das was du bist gibt es weder Vordergrund noch Hintergrund auch das sind einfach nur Vorstellungen weder innen noch außen aber es gibt persönliche Gespräche oder es gibt unpersönliche Gespräche aber beides ist persönlich also es gibt Selbstgespräche es gibt Egon aber es heißt auch Egon weil es E gegangen ist Egon das ist das Ego was Egon ist weil es beim kommen nicht gekommen ist und beim gehen nicht gehen und ist jetzt schon Gommen Egon müssen wir alle Runden Namen heißen eigentlich immer Egon Karl Egon von Schluderich Weimar wird so dämmerig hat vom Dämmerschoppen geredet es dimmt das Licht wird gedimmt das kannst du sagen das Licht wird immer dimmerig also geht zum Dunkeln zurück als Licht vibriert es dann im Körper das Licht ist alles Licht ganz Universum und dann dimmt es sich auf Null also auf Ruhe und in der Ruhe ist dann keine Bewegung kein Licht mehr das ist eigentlich die Dunkelheit absoluter Nullpunkt und dann das andere alles Vibrierende ist Lichterfahrung also was dann aus dem Körper rauskommt es geht zurück in das was in sich Dunkelheit ist und das Nicht-Vibrieren also ganz natürlich natürlich erscheint die Welle natürlich zergeht sie verschwindet einfach in den Ozean von keiner weiß was es ist und es ist einfach wie Kaffee trinken eigentlich ist es wenn du reinguckst eigentlich nur der nächste Schluck Kaffee also das nächste was du wenn da einer vor dir stirbt das war auch bei der Tee es ist einfach als wenn ja nichts passiert das war Zeramana dann gefragt wo gehst du hin wenn du jetzt stirbst was wollen wir ohne dich machen und Ding und so und dann sagt ja wo soll ich hin ich bin da wo soll ich hin wo komme ich wo kam wenn du immer noch denkst ich bin das was der Körper ist der jetzt geht dann ja dann habe ich glaube auch versagt aber ich bin im Kommen nicht gekommen und im Gehen wird das nicht gehen was das Licht wird sich einfach nur auf Null zu reduzieren der Körper ist dann wie ein Sack was er immer war einfach nur eine Vibration wie Gott in der Ranje dann wollen wir das gleiche was die Birne zum Glühen bringt bringt seinen Körper zum Bewegen oder die gleiche Energie oder die selbe Energie eigentlich nur also das ganze Universum das erfüllt von dem das vibriert als alles mögliche aber in dem Wesen ist es immer das und dann was da stirbt stirbt nichts das Leben reduziert sich einfach nur auf das auf die Ruhe also geht reduziert sich einfach wie ein Stein was es vorher war das ist natürlich in der Familie nicht so einfach durchzuhalten es ist auch nur möglich wenn du einfach bist was du bist dann schaust du auf deinen sogenannten Erzeuger und irgendwas lacht sich tot in dir also so dass du jemals gedacht hast dass aus dem ob der jetzt der Einsame war der Einsame oder die Mutter der aber wie meine Mutter die war vier Wochen im künstlichen Koma und kommt Hau und der erste Wort Scheiße war so schön da hinten im Gewahrsein im reinen Licht keine Schmerzen gar nichts war auch keine Raucherin mehr da die mal rauchen musste oder trinken und weg beim ersten Wachwerden Augen auf Scheiße aber seitdem war sie ruhig vorher total selbstmitleidig immer sich beschwerend und Dinge und so und in dem in der Erfahrung dass sie nicht da hinten verbleiben können dass irgendwas irgendwo kam wieder die Energie oder eine Rührung wacht das Ding auf das war die Spritze dass sie wach gemacht haben dass sie dann wieder da sein muss also diese Hilflosigkeit dass du dem nicht entkommen kannst von dem Moment hat sie sich nicht mehr beschwert komischerweise aber nach einer halben Stunde ist auf Toilette gegangen und hat geraucht dann kam aus diesem Ding da auf das Loch kamen dann die Ringe schönes Bild das sehe ich auch heute mein Vater rauf zu rauchen ich sage jetzt ist es eh zu spät halt deinen Mund lass deine Frau rauchen die soll einfach noch ein bisschen verdampfen dann eineinhalb Jahre später war es eh vorbei aber dann Chemotherapie und dann mach mal Perücke auf sah aus wie ich dachte Gott aber nicht mehr beschwert ach ich Arme oder so nein schaffst du es hast du gefunden ja gut diese totale Resignation du kannst nichts machen keine Kontrolle passiert was passiert naja und dann sagst du mir Karl ich habe immer ich dachte du bist immer der größte Idiot den ich erzeugt habe was du mir erzählt hast aber jetzt glaube ich dir naja siehste noch ein Zuspruch da auf ein Dscherdorf ja noch eine Nachfrage zum Tod hatten wir ein gutes Thema heute das einzige was überhaupt zählt die Todesfrage stirbt was beim sterben gibt es da eine Notwendigkeit um Angst zu haben naja gut ja wir sehen uns an um fünf dann lassen wir alle fünf gerade und dann bis später Vielen Dank.